Yay! Gip, 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 gip! Ah! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retroplay hier auf dem Kanal Multiplayer mit mir, dem TGW. Ja, ähm, letztes Mal hatten wir ja Super Mario, das allererste, genau. Ich war gerade am überlegen, ob das noch einen anderen Namen hatte, Namen hatte, oder ob das nur Super Mario hieß. Und ja, ich meine, das hieß nur Super Mario, auf jeden Fall das allererste Super Mario. Und da hatte ich ja gesagt, dass ich mir die Nachfolger auch nochmal angucken werde. Aber ich hatte mir gedacht, eigentlich sind diese ganzen Spiele und die Nachfolger ja, äh, relativ ähnlich. Und haben einfach nur eine bessere Grafik, andere Levels, vielleicht auch mal ein anderes System irgendwie. zum Beispiel, dass es ein neues, also, dass die Karte hinzukommt oder so. Und deshalb dachte ich mir, es ist, denke ich mal, interessanter, wenn ich nicht auf jedes Spiel und jede, äh, jedes Spiel von der Reihe eingehe, sondern immer nur so auf die wichtigsten. Ähm, und das kann sein, dass dann, äh, dass ich dann nochmal das spiele, wo dann das Ganze in 3D rausgekommen ist. Also das erste Super Mario in 3D. Ähm, dass ich dann halt solche Spiele nochmal reingucke, aber dass ich nicht jedes einzelne durchgehe. Und deshalb, äh, spiele ich jetzt hier mal was ganz anderes. Und zwar spiele ich heute das Spiel 1943 The Battle of Midway. Ähm, ja, wir fangen jetzt hier in diesem Menü an. Da können wir uns direkt mal drei Punkte, ähm, vergeben auf unseren Skill. Ich hab festgestellt, dass es da am klügsten ist, die alle drei auf Defense Power am Anfang zu setzen. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt schon mal. Ähm, ja, das Ganze ist, wie ihr das vielleicht unschwer erkennen könnt, von der Grafik jetzt nicht sooo schön. Und der Sound klingt grauenhaft teilweise. Naja, okay, er klingt besser als vom Vorgänger. Das muss man einfach mal sagen. Ähm, das ist nämlich ein Shoot'em up Scroller. Ne, was, wie heißt das? Ja, dieser Scroller halt, der nach oben geht. Also kein Sidescroller, sondern einfach ein Spiel. Äh, Shoot'em up heißt das, glaube ich. Ähm, ja, es geht im Grunde darum, einfach nur, solange wie möglich hier mit seinem Flugzeug zu überleben. Und, aua, die anderen Flugzeuge, die hier auf einen zugeflogen kommen, kaputt zu schießen. Das ist im Grunde schon alles. Äh, deshalb ja auch Shoot'em up. Also, ne, das heißt, es geht einfach nur darum, die anderen, aua, wegzuschießen. Ähm, ja, das Ganze spielt während dem Zweiten Weltkrieg vor den Küsten von Japan, war es, glaube ich. Ja, müsste Japan gewesen sein. Ähm, im Zweiten Weltkrieg, genau. Und ist der direkte Nachfolger von dem Spiel 1942. Und, das habe ich auch, also, wenn euch das interessiert, dann kann ich das meinetwegen auch mal spielen. Allerdings finde ich dieses Spiel, ähm, jetzt nicht unbedingt so sehenswert, dass ich das mache. Weil, es hat einfach nur eine noch schlechtere Grafik. Und, ähm, hat einen grauenvollen Sound. Das hört sich schrecklich an. Also, ich habe das nämlich schon mal gespielt. Äh, und ich finde es nicht unbedingt sehenswert. Deshalb würde ich jetzt hier auch nur den Nachfolger 1943, nämlich, also das, was ich gerade spiele, äh, einfach nur angucken. Äh, und den anderen dann nicht. Und, äh, ja, im Grunde sind das, äh, fünf Level waren es, glaube ich, ja doch, fünf Level, die man hier schaffen muss. Und am Ende jedes Levels gibt es dann ein Mutterschiff. Das ist jetzt in dem Fall das hier, was ich gerade besiegt habe. was im ersten Level jetzt noch nicht so schwer war. Ähm, ja, am Anfang sind halt diese kleinen Flugzeuge und am Ende dann dieses Mutterschiff. Und, ja, es gibt fünf, fünf Missions, also fünf Level. Und es ist zwischendurch nicht möglich zu speichern, jedenfalls nicht im Original. Bei mir jetzt schon, weil ich halt das als Emulator auf meinem Computer habe. der ist auch ermöglicht zu speichern. Ähm, und ich finde es tatsächlich relativ schwer, das Ganze. Es gibt keine Schwierigkeitsstufen. Es gibt einfach nur äh, die Level. Und, ähm, ja, das weiteste, was ich bisher geschafft habe, ist Level drei geschafft und Level vier habe ich dann versagt. Aber sowas von, weil das wird irgendwann so mega schwer alles, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ähm, vor allem, weil man halt auch, äh, ja, also, das ist so, die Energy unten, die ihr rechts seht, das ist mein Leben. Die, das, äh, die geht immer runter, wenn man getroffen wird. Und die geht halt auch so runter, äh, über, äh, im Laufe der Zeit wird die immer weniger. und sobald man eine Energy von Null hat, dann, ähm, ist, äh, ist man Game Over, sobald man noch einmal getroffen wird. Man kann die, äh, auch mit, mit Dingen, die hier rum liegen, aber, äh, das sind dann so Sachen, wie ich eben schon ein paar eingesammelt hatte. Und damit kann man dann die Energy wieder auffüllen. jetzt hier zum Beispiel, hier bekomme ich einen neuen, äh, kann ich mir jetzt hier eine neue, äh, Fähigkeit hinzufügen. Nehme ich jetzt mal Offensive Power. Und, äh, jetzt seht ihr, ich habe eine Energy von Null. Ich habe jetzt allerdings die, äh, den Checkpoint erreicht. Ja, bringt mir jetzt nicht so viel. Ähm, jetzt habe ich wieder eine von zwölf. Aber, wenn ich eben getroffen worden wäre, als ich eine von Null hatte, dann wäre ich sofort Game Over gewesen. Und hätte nochmal von vorne anfangen müssen. Und deshalb ist das Ganze extremst schwer. Aber, da seht ihr, ich bin Game Over. Wundervoll. Ähm, also wie gesagt, das ist gar nicht mal so einfach. Ich habe noch einen Spiel, also ich werde das jetzt nochmal versuchen. Ich habe mir aber noch den Spielstand gespeichert, wo ich Level, äh, wobei Level 3 war. Dann zeige ich euch danach mal das Level 4. Also, ich habe Level, Level, Level 3 schon geschafft. Deshalb zeige ich euch dann Level 4. Ähm, ja, ich werde das jetzt noch einmal versuchen. Mal gucken, wie weit ich komme. Ja, ein bisschen was zum Spiel vielleicht noch, an sich. Und zwar wurde das von Capcom entwickelt. Und, ich habe jetzt hier die Version von der, von der NES, äh, einer Konsole damals. Ähm, und rausgekommen ist das Spiel 1987, da war die Erstveröffentlichung. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, äh, ob das in Europa auch 1987 erschienen ist, weil das ist ja meistens ein bisschen unterschiedlich. Ähm, also in Europa und meistens kommt es ja in Japan als erstes raus, diese Spiele. Ähm, da habe ich jetzt nichts genaueres zu gefunden. Äh, deshalb kann ich euch das nicht sagen. Also es ist schon ein sehr alt, das Spiel, wie man vielleicht auch unschwer erkennen kann, ne? Ähm, ja, äh, der, der, aua, das war dumm. Der Hauptentwickler war, äh, Yoshiki Komodo. Ich habe es jetzt wahrscheinlich extrem falsch ausgesprochen. Ich bin im Japanisch nicht so geläufig. Ähm, wahrscheinlich total falsch, aber ist mir eigentlich auch relativ egal. Okay, da habe ich es wieder geschafft. Stage One, jedenfalls die Hälfte. Jetzt kommt gleich noch der Endboss. Ja, also, ähm, ich kann dir nochmal sagen, was ich von diesem Spiel halte. Und zwar finde ich es tatsächlich ganz witzig. So, es ist aber jetzt nicht unbedingt irgendwas, was ich die ganze Zeit spielen würde. So, also, ich spiele es halt, aua, hauptsächlich tatsächlich in der Schule, wenn ich gerade nichts zu tun habe. Ist natürlich jetzt ein super Vorbild. weil ich mache halt eine Ausbildung zum IT-Assistent und dann haben wir sogar, äh, sowieso Laptops da zur Verfügung. Und wenn halt gerade nichts zu tun ist, dann zocke ich halt alte Retro-Games und im Moment halt das hier. und deshalb, aua, das ist, aua, ich werde verlieren. Oh Gott, da war das schlecht. Ja, genau, es ist also meiner Meinung nach mehr was für zwischendurch. Jetzt nicht irgendwie etwas, was man, äh, über längere Zeit spielen könnte. Allein auch wegen diesem Ton, der macht mich echt wahnsinnig. Also, diese Musik und, ha, schrecklich. Also, vom Vorgänger ist das noch schrecklicher. Also, die Musik ist tatsächlich doch ganz cool, aber, trotzdem, dieser, dieses dauernde Geräusch von diesen, von diesen Schüssen, ha, schrecklich. Ähm, ich würde sagen, ich gucke jetzt noch einmal ganz kurz in, ähm, der Load. So, hier. Da seht ihr gerade Mission 3 abgeschlossen. Und, ähm, äh, ziemlich down, wenn ich einmal mal sieht. Energy 3. Und, ja, das ist jetzt Mission 4. Ich werde euch jetzt schon mal sagen, ich werde total verkacken, weil das echt bockschwer ist, das Ganze. Vor allem so ohne Energy. Das heißt, ich darf nicht einmal getroffen werden. Da ist es schon passiert. Okay, das, das war jetzt natürlich auch sehr schlecht von mir. Ich würde sagen, ich öffne das jetzt nochmal. Ja, komm mal hin. Ja. Okay, so, versuchen wir das jetzt noch ein letztes Mal. Okay, jetzt aber besser, ja. Komm schon. Ui. so, bisher geht's noch. So, jetzt brauche ich hier mal das hier. Alter. Oh nein, ich bin in das Flugzeug, was von hinten gekommen ist, geflogen. Nein. Also, es würde auf, Moment, was ist, wenn man auf Continue geht? ich kann nichts auswählen. Das ist, Moment, eins, eins zeige ich euch jetzt aber noch. Das habe ich nämlich noch ganz vergessen. Ich fange jetzt nochmal eine neue Runde an. Ähm, es gibt nämlich noch eine Spezialfähigkeit. Ähm, die benutze ich aber irgendwie nie, deshalb habe ich die jetzt noch nicht gezeigt. Aber hier, und zwar ist das, das hier. Okay, das war jetzt relativ unnötig. Ähm, das muss ich, muss ich mal warten, wenn ein paar mehr Gegner da sind. Das heißt, hier, L, und dann werden nämlich alle zerstört. Allerdings kostet das, genau, 10 Energy. Okay, das muss ich mir mal merken, ich benutze das nämlich nie. Alles klar. Ja, ich würde sagen, ähm, das war es auch schon. Ich denke, man hat ganz gut gesehen, was dieses Spiel kann, worum es geht, und so weiter. Ähm, Okay, ich kann nicht, aber da bin ich auch schon wieder Game Over. Also, ihr seht, es ist, entweder bin ich mega scheiße, da hat mein Handy gebimmelt, halt doch dein Maul, ey, hätte ich vielleicht auch lautlos machen sollen, wäre doch mal eine Idee gewesen, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, würde ich sagen, endet dieses Video an dieser Stelle. Äh, wenn euch das so gefällt, wie ich das Ganze aufgezogen habe, so, also ein paar kleine Nebeninformationen gegeben, und so weiter, ein bisschen euch das Spiel zeige. Dann gebt diesem Daumen, diesem Daumen doch einen so hoch, genau, ja, mhm, okay. Okay, wenn euch das gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Ähm, es werden auf jeden Fall noch weitere Spiele folgen, aber wie gesagt, nicht mehr alle aus einer Reihe, ich finde das ein bisschen viel. Ähm, was ich auf jeden Fall noch habe, ist Pokémon und Zelda und so weiter, also eigentlich sehr interessante Spiele. und, ja, ich würde sagen, dann war es das von mir, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne, und, tschau! Uuuuuh! Uuuuuh! Uuuuh!